Hey! Herzlich Willkommen zurück bei Assassin's Creed Black Flag. Mit Edward. Was ist das? Nicht so interessant. Und jetzt machen wir uns wie schon gesagt auf den Weg zum nächsten vor. Guck mal da vorne. Da ist doch was im Wasser. Ab, 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 komm nicht hin. Doch, komm nicht hin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, wow. Ne, hier komm ich durch, hier komm ich nicht durch. Hier rumdrehen. Verdammte Scheiße. So, zack. Jetzt hier wieder raus. Alles satt. Ein Schoner. Ganz normaler. Okay, interessiert mich jetzt nicht so sehr. So, aber da haben wir einen kleinen Schoner. Und ich glaube ein Kanonenboot ist das. Feuer! Ja! Runter auf den Grund! Kein Gegner für unseren Käpt'n! Sie bricht auseinander! Ja, lass doch brechen. Wollt jetzt gern! Lass sie doch brechen! Na, dunkler Himmel und raue See! Feuer! Nicht als Seifers! Verdammte Scheiße! Scheiße! Verdammt, bist du verrückt, Käpt'n! Sag mal! Okay! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Vorsicht! Wir dürfen nicht auflaufen! Auflaufen ist immer blöd! Auflaufen ist lecker, aber auflaufen mit dem Schiff ist immer kacke! So, wir zogen uns das scheiß Schiff da mal. Das ist, glaube ich, wieder ein Schoner, aber... ... ... Moment! Na, verdammt. Och, er springt wieder ins Wasser. Ey, Edward, mein Gott. So. Ja, ja, ist klar. Ey, vorsichtig. Zack. Erledigt. Erledigt. Wieder ein kleiner Schoner. Ja, nehmen wir eine Flotte auf. Können wir doch verkaufen. Logisch. So. Jetzt geht's weiter. Richtung... Oh, wir müssen... Oh, langsamer. Ja, ja, bla bla. So, und jetzt müssen wir hier rein. War das mit Ort ansehen? Na, egal. So. So. Ne. Da gehen sie unter. So Guck mal, so weit ist das nicht mehr Was haben wir denn da? Das ist ein Schoner, oder? Ja Schoner interessiert mich jetzt gerade nicht so Wenn es jetzt eine Brick wäre, würde ich sagen Aber der kommt mir verdächtigt nah Treffen wir den? Ja, können wir So Nein, wir rammen die nicht So, fertig Ich habe mich zwar eine Crew von uns geopfert, aber naja, na gut Irgendwie wird die Crew sowieso nie weniger Da habe ich zumindest so irgendwie das Gefühl Flotte Ah, er hat gerade sein eigenes Schiff Nicht lange, aber Ja Verstehst Bringt die Hauptsegel in den Wind An die Starken, wir holen dich So Jetzt wollen wir mal da hin Oh, schnell raus hier Oh, wow Ja Au, 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 au Die schießen auf uns Alle aus der Großbergen Alle Segel einholen Hüffnen und Treppen Wow Das war, glaube ich, knapp Feuer Nein, nein Das ist alles, alles, alles nur im grünen Bereich Alles nur im grünen Bereich Das ist kein Problem Das kriegen wir hin Oh, fuck Nein, nein Das klappt alles, das klappt alles Pass auf Ja, ich bin ja dabei Aber irgendwie Treffe ich die nicht Ich mache da zwar alles kaputt Nur die Türme nicht Was denn So Jetzt müssen wir doch Aber irgendwie an diese Bekackten Türme kommen Oder ist dann einfach hier vorne Das wird sie versenken Gut Dann ist es einfach nur Alles klar Jetzt weiß ich aber, warum das nicht geklappt hat Weil ich mal drüber geschossen habe Deine Seite genau da rein Feuer Zack So, jetzt müssen wir Infiltrieren Das ist nur ein Shona Interessiert mich nicht wirklich Reisegeschwindigkeit Anlegen Ich muss jetzt mal wieder hier rein Weg da Weg da Geh mir doch Weg Leute, wie lange dauert das hier So Aber rein hier Kann das sein, dass das Jedes vor irgendwie gleich auch sieht Ja Das ist Tatsache so Warte mal Geh mal runter Hopp Na Erbeuten Ey, Alter Ey, sag mal Ey So Pass auf Zack In den Kopf Zack Zack Da oben ist der Okay Wie komme ich denn da hoch Aha Das sieht gut aus Zack Zack Ach Verdammt ey So Ne Warte mal Wo müssen wir denn rein Wo ist das denn Na gut Wollen wir mal hier hoch Da oben ist der Kriegsraum Okay Ist also doch nicht immer Hundertprozentig gleich Sorry Sorry So Dann haben wir das vor Auffällig Fantastico Fantastico Das ist doch super Ah Guck mal Ich habe eine Höhle Okay So Da lassen wir mit dem Typ hier quatschen Na Vorsicht Nein, nein Alles in Ordnung Ich muss gerade nicht abtauchen Munition Haben wir voll Haben wir voll Bestätigen Abgelöst Ja, können wir nicht Alles klar Raus hier Ah, warte mal Mir fehlt aber gerade ein Ich könnte ja verkaufen Ich weiß ja immer nicht Wie viel wir dabei haben Naja, geht Verkaufen Fracht verkaufen Zucker Und 940 Okay Alles vertickern Und Rom 1600 Sehr schön Ne, Moment nicht Hey, ich habe eigentlich im Moment irgendwie keinen Bock Die Dinger immer zu holen Gucken wir erstmal hier Was, was der hier will Seide auf dem Wasser Okay, was will der von uns Naja, komm Hier, nehmen wir mal an Passt schon Kleidung erbeuten Die Beute dem Händler übergeben Beute dem Händler übergeben Ja, das ist doch Fantastisch gelaufen Möchte ich sagen 1200 Für nix tun Fantastisch Ja, genug gejubelt Das geht jetzt weiter hier Meine Freunde Sollen wir erstmal zur Höhle Ich würde ja erst gerne zur Höhle Käpt'n ist am Wie lautet unser Kurs heute, Käpt'n Ist ein schöner Tag Für allerlei Unsinn Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden Die Briten zurechtstutzen Wenn wir an ihr Gold kämen Um es für uns selbst zu nutzen Wäre ich ein glücklicher Mann Wir sprachen wie ein Valise, Ade Und was willst du? Master Kitt sprach von einer Prise Die er mir unten in Tulum zeigen wollte Ziemlich weit weg leider Auf der Halbinsel Yucatan Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher Aber er hat eine Art Mir ins Gewissen zu reden Dass es mich schaudert Ich sollte ihn treffen Bald Solange wir auf dem Weg Ein paar Prisen einbringen Wird die Crew es schon verstehen Ich setze Kurs auf Tulum Wenn, dann setze ich Kurs Das ist ja mal Okay, wenn ich irgendwo Gegenfahren würde Geht der automatisch Aus dem Reisemodus raus Das ist ja schon mal Von Vorteil Guck mal Die könnten wir uns alle holen Ah ja, später Nicht jetzt Ich will jetzt erst gleich In die Höhle Beziehungsweise im nächsten Part Dann geht er nämlich hier ab an Land Ja Da wo er hingehört Im Kühlenass Dann würde ich nämlich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Und wir sehen uns dann Im nächsten Part wieder Und dann gehen wir hier mal Auf Höhlenforschungstour Tropfsteinhöhlenforschungstour Forschung Hier sind Ratten Hier sind Ratten Okay Alles klar Dann werden wir im nächsten Paar Paar Ratten killen Zuvor Haben wir hier vorne noch Eine Flaschenpost Vielen Dank fürs Zuschauen Macht's gut Ne, warte Ich muss das ja erst noch Kauken Ich Kann nicht Ihr müsst Pause drücken Um das zu lesen Wenn nicht Respekt Ja, ist ja Ist ja Fantastisch Danke Tschüss Mach's gut Also mach's gut Ciao